Wenn ich außen rum buddel, geht es ja noch nicht einfach. Aber wenn ich jetzt innen rum buddel, ist es ein bisschen anstrengend. LOL! Leute! Was haben wir denn hier schon wieder? Kann das jemand klippen? Zum zweiten Mal? Wir hatten so einen doch bereits schon gestern. Ein Full-Dia-Zombie. Und hier haben wir noch ein... Zombie mit... Auf dem Hühnchen mit einer scharteten Schaufel.